Also Musik spielen soll trotzdem, meine ich, aber er hat keine Weihnachtsmusik. Nicht wirklich. Das ist der letzte. Okay. Vielen Dank für alles. Ich wünsche mich auch immer wieder beim Essen. Das war ja wohl irgendwie so klar. Oh, die Schlümpfe. Werden wir noch? Erstmal für die Katze hier raus. Wir lassen die Katze aus dem Paket. Sorry, das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt nur wirklich nicht. Aber ich hatte eine Angelegenheit. Ich habe eine Angelegenheit. Ich hab's gebeten. Ich habe nichts mehr. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Ich kann doch nur, dass man... Es tut mir leid. Ja, ich hab's vertauscht. 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 Ab jetzt kommen wir auch lange zu dem Part, an den ich mich nicht mehr erinnere. Ich hab's gesagt, so weit war ich noch nicht gewesen. Ja, ich hab's vertauscht. Ja, ich hab's vertauscht. Ich weiß nicht mehr, wofür das war. Wir hatten's vorhin noch. Aber ich hab's schon wieder vergessen. Kommt wahrscheinlich, weil langsam auch die Müdigkeit bei mir ankommt. Ja, ich hab's vertauscht. Warte, ich glaub ich weiß, ich erinnere mich wieder, wo das Ding war. Da, da. Genau, nämlich in Verbindung mit dem. Richtig. Ich hab's verraten. Warte, ich hab. Golt. Gib mir! Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warum sagt mir auch keiner, dass ich die ganze Zeit gemütet bin? Ja, so ich fühle mich an, Herr. Immer noch mal wieder. Muss ich überhaupt hier noch irgendwie so was machen? Ach, ich muss Domino Day spielen oder was? Probieren wir mal und wir zutzen nicht um. Ich möchte das Puzzleteil haben, nicht das? Ah, Lunchbox-Key. Sobald eine Lunchbox so inbegriffen ist, muss ich immer direkt an Silent Hill oder solche Spiele denken. Guck mal hier für dich. Ich will wirklich für jede Schraube einen einzelnen Schrauben ziehen. Okay. Ja. Ja. Okay, also hier funktioniert auch nicht. Okay, also hier. 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 Okay. 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 Hilf mir mal bitte. Hilf mir mal bitte. Was soll ich das denn kriegen? Was soll ich das? Was soll ich das denn machen? Ach, da ist es hin. Du hast das letzte. Ich drohe dir mit ihm. Ja, da ist es hin. Ja, da ist es hin. Vielen Dank. Was soll ich damit tun? Was wird das von so? Keine Ahnung. Okay. Also hier war ich wirklich noch gar nicht. Man liest nicht andere Leute Post. Und da brauchen wir das Spiel zusammen. Doch nicht sagen wir, ob wir dann. Wir sind für diese Aufnahme Session und Bye Bye. Mal.